Sebastian Kurz. Ja hier ist der Markus Söder. Grüß dich Sebastian. Ja Servus Markus. Ja grüß dich auch. Also Sebastian, es geht um folgendes. Wir haben hier vor drei Wochen unsere Maßnahmen an eure 1 zu 1 eingeglichen. Denn wir sind ja entfernungs- und geistesmäßig ganz nah bei euch in Italien. Wir planen jetzt die Exit-Strategie in Bayern. Wir wollen natürlich Vorreiter sein, frühzeitig, konsequent, verhältnismäßig. Du weißt, ich habe große Sympathie, ich habe es neulich in meiner Pressekonferenz gesagt, für den österreichischen, also den Wiener, also den Wiener Sakramenten, mit W geht's los. Wen? Na. Wiener Würstel? Na, ich habe in der BK wörtlich gesagt, ich habe große Sympathie für den Wiener, für das Wiener Mo, Mozart? Modell. Ich habe große Sympathie für das Wiener Modell, also eure Lockerung da an die Corona-Maßnahmen. Jetzt sag einmal, ihr öffnet ja schrittweise die Läden. Wie machst du das konkret? Wir haben beschlossen, nebst den kleinen Geschäften, am 27.04. die großen Geschäfte des Einzelhandels in ganz Österreich zu öffnen. Damit vermeiden wir die deutsche Kleinstadterei. Moment mal, die gibt's bei uns nicht. Bayern geht halt voran. Ja, wie gesagt, der Einzelhandel. Allerdings haben nur 50 Personen am Tag Einlass und die Geschäfte sind nur Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet und es herrscht Masken. Klar, Moment, das muss ich mitschreiben. Also, Dienstag bis Donnerstag, 10 bis 14 Uhr und wann macht ihr das? Am 27.04. Ja, wir sind ja in Bayern drei Wochen hintendran mit der Beschränkung. Was du zufällig, was für Tag das ist? Das ist ein Montag. Also, 21 Tage später, da muss ich jetzt nachschlagen. Das ist dann der 18. Mai. Ja, das ist doch Christi Himmelfahrt in der Woche. Ungünstig. Ja, dann machen wir das eine Woche später. Und ihr nehmt jetzt die einfachen Masken, also nicht die FFP2 oder 3. FFP2. Ja, sag ich doch. FFP2. P sowie ÖVP. Ja, fränkisches B. Okay, gut. Also, keine Masken passt. Keine FFP-Masken passt. Und wie geht's dann weiter? Das Regierungsteam hat beschlossen, die Hotels mit einer Bettenkapazität bis zu 30 Betten in Tirol, Salzburger Land und Vorarlberg am 14.05. wieder zu eröffnen, sofern ein Frühstücksraum von 70 Quadratmetern zur Verfügung steht und die Tische in drei Meter Abstand recht winkelig zueinander angeordnet sind. Ein klarer Moment. Also 30 Quadratmeter als 70 Betten. Nein, 30 Betten als 70 Quadratmeter Fläche. Was die größeren Hotels, Club Mediterranee, Robinson, Freizeitbäder wie in Kitzbühel angeht, gibt es Überlegungen, aber die sind noch unter Verschluss. Na, horch einmal. Kannst man schon sagen. Wegen dem Ischgl bist man eh noch was schuldig. Inwiefern? Na, da fahren ahnungslose bayerische Skifahrer nach Ischgl, um ein wenig Abre-Ski zu feiern und dann kommt halb Bayern infiziert zurück. Im Nürnberger Landkreis kenne ich drei Skiclubs, alles CSU-Wähler. Die duften zu Hause, tut ich komplett in Quarantäne. Von dieser Entwicklung sind wir auch überrascht worden, das habe ich bereits gesagt. Na, okay. Also am 14.05. machen die Hotels mit Frühstück auf. Noch was? Weiters ersuchen wir die Spielcasinos zeitgleich die Wiedereröffnung zu ermöglichen, allerdings auf maximal drei Personen beim Roulette, zwei beim Blackjack und vier beim Boca beschränkt. Diese Zahlen sind natürlich ohne Gewehr. Und anschließend in Städten über 70.000 Einwohner eröffnen dann auch wieder die Kosmetik- und Nagelstudios sowie Einrichtungen für Fußpflege. Fußpflege? Ist das so wichtig? Nein, aber meine Partnerin wollte das so. Okay. Fußpflege als 70.000 Einwohner. Gut. Sag mal, fühlst du gerade ein Kind oder wer bleibt denn das so? Nein, das bin ich. Ich warte seit einer geschlagenen Stunde auf meine Milch. So. Okay. Also reicht erst einmal. Also Sebastian, Dankeschön. Wir bleiben Freunde. Immer Hände waschen und wegen Ischgl eine Hand wäscht. Servus. Baune Na etwa Wir reden ол O Sch Bo điều 수 Untertitelung des ZDF, 2020